Musik 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 Ist so Ich denke Mach mal deine Springattacken Dass du näher rankommst Musik So und jetzt mach mal deinen Springattacken, dass du richtig näher rankommst Ja, weil ich vor dir gelaufen bin, hast du dich jetzt an mich gesogen, ich darf nicht vor dir laufen Musik Das ist echt ganz komisch So So und jetzt festsaugen Festsaugen los, saug, halt dich fest Nicht loslassen, nicht loslassen Auf keinen Fall loslassen Lasst nicht los Nicht loslassen So, jetzt loslassen Nur den nächsten roten finden Nee, du bist nochmal hier Du bist nochmal hier Hier, links, links, links Ja, zu spät Ah, ey, das ist Schande Na, herzlich So Spring, 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 spring Ich drücke mal X, damit ich zum nächsten Dings komme So, festhalten Nicht loslassen Und dann gehen wir gleich nach links rüber Wenn der Sturm vorbei ist Ich drücke mal X, dass wir zum nächsten hinkommen So, jetzt laufen Hier, hier, hier Komm Überhol mich Ich hab Probleme damit, dass der rennt Du musst springen, du musst springen, Manu Der rennt nicht, der rennt zu langsam Ja, ja Du musst die, die blau Also links Die, die, die Ist X Damit der sich perfekt bewegt Schneller bewegt Guck mal hier Schneller Bewegung Na, wo bist'n du jetzt? Ja, das war jetzt Ich wollte nur mal zeigen jetzt Ja, egal Lass' wir mich so Wir können meinen nämlich sogar überspringen Wir können gleich auf da hingehen Komm, lauf Und hüpfen Lauf, hüpfen Lauf, hüpfen Ja, aber guck mal, ich kann Genau das Genau das Ne, wir müssen den hier, weil ich nicht so schnell bin Du musst schon Du bist zu fett Lehmklumpen sind fett Was? Lehmklumpen sind zu fett Ja Ja Ach man Ich bleib jetzt erstmal hier Und zeug mich hier fest So Halt dich fest Ja Und bleib da Oder müssen wir jeder unsere eigenen nehmen Das ist die Frage, ne? Lass los und lauf, lauf Lauf, 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 lauf Dass der nicht rennt, ne? Das macht mich schon die ganze Zeit ein bisschen irre Ja, weil Der rennt einfach nicht Da hab ich ja schon die ganze Zeit immer so ein bisschen Probleme mit, dass der Das kann auch sein, dass da jeder Bleib da Festhalten Ich lauf jetzt gerade mal dann gleich an dem vorbei und guck mal, was ich machen kann Da kann ich mal sehen, ob ich da hinkomme Ich kann hier Kannst du mich, kannst du zu mir dann dicht ziehen? Weiter oben schon Ich glaube, wir müssen tatsächlich unsere Kreuze selber machen Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Aber der nächste ist blau Komm zu mir Zieh dich fest bei mir Ach, was ist los? So, der nächste ist nämlich blau Und wo ist der? Da oben Da oben Halt dich fest, halt dich fest Boah So, loslassen Und hopp 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 Ich geh da ganz, ich geh da ganz hinten schon hin Hast du dich? Ja, ja Aber ich weiß nicht, wo weiter Wahrscheinlich hier hoch, ne? Ja, ich denk mal gar nicht Das dürfte dann, ne? B drücken Ach, wir müssen hier drunter Was ist denn B? Der B, rechts, rechts, rechts Der rechte Der rote Okay Warte Da muss ich jetzt Halt dich fest an mir Ah, ich will da runter Ah, 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 ah Scheiße, ey Junge Hört der Sturm auch nochmal wieder auf? Ähm Der hört gar nicht wieder auf, ne? Ja, hm Warte, warte Ich geh, versuch mal weiter rüber zu gehen Mhm Scheiße Ich komm nicht weiter Hm Tut mir leid Ich kannste nix hören So, warte mal Bevor wir jetzt weiter Weit warte Ja, ja, ich wollte gar nicht gehen Bevor wir jetzt weitermachen Also, halt, halt mal stehen So Da oben ist ein Kreuz Da hinten ist ein Kreuz Siehst du das? Da oben? Ja, ja Das ist auch eins Da ist ein Kreuz Und hier ist mein Kreuz Aber wir müssen uns hier an den Dingern hochhangern, glaube ich An den Holzbarrikaden, glaube ich Noch nicht Noch nicht Warte Jetzt Ah, warte Okay, so So, kommen wir hier hoch Kommen wir da hoch? Ja, ne Weiß ich nicht Nee, warte mal hier Warte, warte, warte Wo denn? Ah Ah Ah, da Das ist meiner, ne? Äh Ja Ja, der stößt sich ab, ne? R2 So, und jetzt zieh du dich an mir hoch Äh Äh Warte Komm hier vorne hin Warte 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 Krieg dich nicht Ich stelle dich mal hier hin Kann man hier hin Warte Ja, genau, komm mal hier hin Ich zieh den an Ich zieh den an Bällchen Ich zieh den an Nee, du bist schon bei mir Jaja, aber ich zieh den an So, jetzt Oh nein Ja, ist egal Warte mal, ich geh wieder hoch So So, dann komm Jetzt Warte Da war es eben Jawohl Okay So Jetzt gehen wir mal hier rein Gucken Ja Okay So Da ist das blaue Kreuz Warte mal Okay, das ist meins, ne? Warte mal Ja Nee, hier kommt man nicht hoch Okay, dann musst du dich jetzt darüber retten irgendwie Mach du scheiße Okay Schaffst du weiter rüber 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 nach links rüber nach links rüber weiter 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 nach links so So Und jetzt Ja, nee, geh mal versuch mal weit ob du weiter was kannst Warte Ah, jetzt, ja dann komm Hehehe So Super Aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Allein auf die andere Seite Du sollst jetzt auf die andere Seite, aber auf welche denn? Guck mal Allein auf die andere Seite Na, davon da kommen wir Einer von uns muss auf die andere Seite Also da wo ich war, ne? Ja Ja, aber Hä? Jetzt musst du dich doch mal da ran saugen und das musst du auf die andere Seite gehen, oder was? Warte mal, ich geh mal Warte mal, ich geh mal So Wir müssen uns anziehen und in der Mitte müssen wir zusammenkommen Weißt du was ich meine? Wir müssen uns beide gegenseitig anziehen Ja Junge, Junge, Junge Oh Guck mal da Es ist Kein Schnee Nee Mich ist zu mir leid, dass ich das nicht mehr gelesen habe Ich wünsche dir eine ruhige Nachtschicht Ja Aber wenn wir hier nachdenken und überlegen sind, bin ich immer nicht so gut in der Lage zu lesen Ja Und einen wunderschönen guten Abend, Andrero Ja, das war jetzt aber auch wirklich eine Gefriemel, echt Oh 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 Na ja, wir kriegen das schon hin Ja Auf zum Buch Oh 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 Ich bin sch Song is Ich bin so nervos Ich weiß. Und das ist das, was es speziell gemacht hat. Really? Du kennst, wie du dein ganze Sprache vergessen hast. Es war die schlimmste Proposal in der historie von Proposals. Nein, Cody. Ich bin keine Worte über die Worte. Es war die Art, wie du es handelt hast. Ich versuchte, wie schade du warst. Es war schade. Jetzt kommt Mr. Hakim. Oder wie heißt er? Dr. Hakim. Habe ich das gesagt? Ich kann die Dinge vorsehen, du. Hallo. Was ein schöner Moment, ihr zwei. Du machst großartig. Ich werde seine Augenbrauen aufrollen und werde kleine Schnipselchen schneiden. Und jedes kleine Schnipselchen, was ich erwische, werde ich verbrennen. Ja. Verraten. Er. Ich timeframelle Zeit aufs Gek 있거든요. Osicht. Ich Grace. Cool Das Buch hat ein sehr schlechtes Karma, was ihn noch einholt Mit Sicherheit Ganz bestimmt Oh, und wir sitzen wieder auf dem Sofa Guck mal, das war das Zweite Wir brauchen noch zwei Oh mein Gott Oh Tell him! Tell him! Well, we partly moved here because you wanted to build your own garden. And then you just let it go. I never understood why. Well, I mean, firstly, you never really encouraged me, like, at all. And secondly, you never really seemed to appreciate what I did. Oh, so now it's my fault? You see? This is why we can't live together. You see? That's why I gave up. I do see. Look what it gives to your relationship. Cody, it's time to awaken. Fashion! Oh, nein, jetzt kommt die grüne Hölle, oder was? Oh, bitte nicht grüne Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Nein, grüne Hölle, ich drehe durch. Oh, sehr schön. Look, it's my garden. Schick? Everything has grown. No, Cody, it's you who shrank. Oh, yeah, but everything still looks... Oh. Huh? Das stimmt. Was war das? Oh, mein Gott, bitte. Das klang nach einer Spinne, oder sowas. What? What? Was? Was hast du da auf dem Kopf? Oh, mein Gott. nichts. Warum habe ich immer solche merkwürdige Sachen? Was hast du da? Du hast eine Sichel. Und ich habe eine Flamse. Hm, 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 hm. hast du mich gerade damit erschlagen das hast du mich getötet nein hast du selber gemacht nein das hast du selber gemacht was ist denn rt sicher oder so widerlich okay guck mal rhododendron schön sie ist da guck schöner oder wenn man bitte stehen bleiben was hast du stehen bleiben jetzt kann ich nichts machen und es bist du hast du mal aufhören und das zeug nicht weg schlappern das ist wie pickel ausdrücken das ist widerlich hallo so gut da hast du nicht stellen und ich muss da jetzt auch irgendwas machen da ist doch jetzt doch mal links und rechts also ich habe links und rechts links ist bei mir sicher und rechts ist bei mir was ja bei mir ist links ziele recht ist schießen aber was auch immer man hüpfer nein danke könntest du dich jetzt mal irgendwie fortbewegen es sieht so cool aus kann ich denn da oben ran ja da wärst du wahrscheinlich hingekommen mit deiner brüste blume springen und erzielen was ist da oben wie wäre es wenn du noch mal die puste blume machst und darüber schwebst ja ich versuch das macht also stehen wir mal schnurrstrakt so richtig jetzt hier da hat sie mich anschlappern du kannst da oben dran abspringen also du sollst mir das runter holen damit ich weiter rankommen du musst es jetzt mal runterholen und jetzt kann ich da vielleicht ja wenn ich meine andere sichtweise hätte so ich habe auswüchse auch eine mumme hat man oh mein gott wenn jetzt einer mein gesicht sieht würde meine fresse sie so angewidert echt alles klar geht doch nicht dieses buch macht einen ja irre da kommt man nicht vorhanden ich muss wieder da rein springen was 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 du musst die kürbisse abziehen aber du siehst schon dass ich ein kaktus bin ja ja schieß doch mal ein bisschen mehr sonst muss ich arbeiten ja du bist ja putzig du siehst schon dass das viele sind ja du kommst überhaupt hier kaktus Cool, was ist das denn hier? Wollen wir was machen? Ne. Was ist das denn hier? Ach, bitte. Gänne für Blümschen. Was ist das denn? Oh nein, du musst verlängern und ich muss drauf drauf Dings. Verlängern und Blättersprüche machen. Ah, und Blättersprüche machen. Kannst du da mal was machen? In welche Richtung denn? Da die Dornen, wenn ich jetzt darauf springe, nämlich. Na, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Guck mal, das Gesicht hast du, guck mal bitte. Siehst du das? Ja, es ist sehr süß. Das ist doch witzig, oder? Weiter geht's nicht. Ich muss noch mal machen, warte. Ja, aber irgendwie ist das nicht richtig. Du musst nach oben, glaube ich. So. Weil da hinten komme ich ja nicht durch. Wo kommst du denn überhaupt hin? Ja, rechts. Da lang. Da zur Lampe, würde ich sagen. Kommst du da hin? Ja, ich versuch's. So, bis dahin kann ich. Warte, warte, ich komme. Aber ich kann da nichts machen. Ich kann da nicht rauf. Ich habe bei dir nicht rauf. Ich kann nur auf dieses Teil da hinten. Auf dich kann ich nicht rauf. Achso, aber wenn ich jetzt abbreche, steht nicht. Das geht auch nicht. Also hier ist irgendwie ein Seil. Das Ding an der Sache ist, ja, ja, da kann, ja, aber ich kann da nichts machen. Kannst du da was machen? Weil ich laufe da genau rein. Genau, das mache ich auch. Aber ich kann ja nur da hinten lachen. Warte mal, vielleicht kann ich. So, wenn ich jetzt verlängere. Warte. Guck mal, ich kann Blätter. Ich kann auf die Blätter rauf, auf deine Blätter. Ja, ja, die Frage. Kann ich nur einmal Blätter setzen? Was war jetzt? Ich bin, ich könnte, ich könnte von Blatt zu Blatt springen. Das Problem ist, mehr Blätter macht der nicht. Warte mal, kann ich noch? Aha, ja, was ist das? Ich muss auf deinen Blättern springen können. Kannst du nur einmal Blätter machen? Ah, nee, warte. Nee, doch nicht. Ja, okay. Warte. Dann komme ich noch mal ein Stück zurück. So, ein Stück zurück. Du musst jetzt ein Blatt machen. Ich denke, jetzt schon? Ja. Das komme ich doch gar nicht hoch. Warte nicht so weit. Ja, mein Gott, ich muss an. Ich kann nur dann ein Blatt machen, wenn er mir anzeigt. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Versuch es mal. Ah, ich bitte. X. Geht. Bleib so. So, dann zeig. Mach und ruhig. So, dann zeigt er mir die nächsten Blätter an. Na ja, wenn ich, hätte ich mich für Cody entschieden, hätte ich jetzt nicht Jumping dran machen müssen. Also ich finde, heute ist es wirklich ausgültig. Ach man, ich hasse Jumping Run-Spiele. Aber wie das dann hier weitergeht, das weiß ich nicht. Ich glaube nur, das reicht. Wie soll ich denn da hinkommen? Das geht. Du brauchst gar nicht auf die andere Seite zu springen, denke ich. Der Abstand war zu groß. Mach einfach, versuch gleich mal AAX, bitte. So, und jetzt AAX. AAX. Das ist gut. Weil jetzt musst du, weil da. Und jetzt musst du jetzt mal Allah dieses Blätter anbeter. Also, jetzt ist das so. Denn das Blяжlinge, ich habe mich für immer wieder